Was geht ab Leute, FRAFsys hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es um den Fortnite-Gegenstandsharp vom 26.10.2021. Noch wenige Tage, dann ist auch schon Halloween. Ich bin soweit gespannt, was für Skins wir bekommen und ob wir heute auch einen neuen Skin bekommen. Deswegen, let's do the go, meine Freunde. Alles klar. Also, vorerst haben wir natürlich im vorgestellten Bereich ein paar wiederkehrende Sachen, wie ich gerade mit uns sehen kann. Aber das ist natürlich nicht alles. Wir fangen erstmal unten an. Wir haben das, wie ihr sehen könnt, Raben-Paket wieder am Start. Im täglichen Bereich sind so einige Sachen zurück. Die Pakete sind weiterhin gleich geblieben. Was ist ganz oben drin? Ein neuer Skin, den werden wir uns gleich nochmal anschauen. Wir fangen aber natürlich, wie immer, an mit dem täglichen Bereich und arbeiten uns dann nach oben. Im täglichen Bereich haben wir wieder ein paar Emotes am Start. Zwei Skins und eine Lackierung. Waren wir mit den Emotes an, aufgeweckt, meine Freunde, nach einem Monat wieder zurückgekehrt. Dann haben wir den Rennfieber-Skin nach 29 Tagen wieder zurück. Nach 33 Tagen haben wir Bim, Bam, Boom. Nach 33 Tagen wieder am Start. Nach 29 Tagen haben wir einmal Röstlichkeit wieder zurück. Dann, meine Freunde, geht es auch schon weiter zu Äffchen. Äffchen ist nach 31 Tagen wieder da. Und nach 30 Tagen haben wir Schwarz-Violette am Start. Es geht einmal weiter hier nach oben. Wir haben das Raben-Skin-Paket wieder zurück. Und zwar sind beide Skins hier aus diesem Paket nach denselben Tagen wieder zurückgekehrt. Und zwar nach 39 Tagen. Ist natürlich ein bekanntes Paket. Da brauchen wir nicht, denke ich, mal näher einzugehen. Dann fangen wir mit den Halloween-Skins an. Ihr könnt gerade hier mit rund 10 Baba Yaga. Ist nach 361 Tagen zurückgekehrt. Genauso wie dieser Gleiter hier. Hexnütte und Zauberfeger. Dann, meine Freunde, haben wir nochmal Kopffalle. 4200 V-Bucks. Das ist ein ganz cooler Skin eigentlich. Auch nach 361 Tagen zurück. Inklusive Kieferhänger. Dann geht es auch schon weiter hier rüber zu Charlius Maximus. Das, meine Freunde, ist nach 29 Tagen wieder zurückgekehrt. Inklusive der Schwitzsäge Gladius des Charlius. Und zu guter Letzt haben wir hier Trinity-Trooperin am Start. Die ist nach 28 Tagen zurückgekehrt. Heute neu haben wir der Batman, der lacht. Und zwar ein Bösewicht-Batman. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, in welchem Zusammenhang das Ganze mit Batman spielt. Ich habe den neuen Batman nicht gesehen. Ich kenne mich in der Batman-Triologie nicht so gut aus. Aber soll, soweit ich das jetzt beurteilen kann, ein Joker sein, der irgendwie auf Batman macht oder so. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Vielleicht irre ich mich da ja natürlich auch. Aber ihr seht, dann haben wir noch so eine Spitzsacke am Start und einen richtig, richtig nice Gleiter. Eure Meinung dazu natürlich gerne in die Kommentare. Würde mich mega freuen. Ich würde mich dann aber hier an der Stelle verabschieden. Und würde sagen, wir hören uns im nächsten Video. Haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Frips. Und ciao. Euer Frips. Euer Frips. Euer Frips. Euer Frips. Euer Frips. Euer Frips.